Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es geht weiter mit meiner Home-Vlog-Reihe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hello, hello, hallihallo heute. Heute ist Samstag, heute ist Halloween und es ist eigentlich der Tag, wo noch voll viel passiert. Nein, Spaß, weil meine Mama und so, die kommen ja später und eigentlich um 5 kommt Niklas wieder und um halb 6 kommt meine Mama. Und wir wollen noch die Schülle aufbauen und dann habe ich das endlich mal hinter mir und ich schneide gerade noch das restliche Video für euch. Also ich habe ja nur geschafft, den ersten Teil zu posten und jetzt kommt gleich heute wahrscheinlich noch der zweite Teil. Ich habe mir gesagt, bis 16 Uhr, locker schaffe ich das, da habe ich noch 50 Minuten, schneide ich den zweiten Teil und dann kommt der noch hoch. Und ich dachte, ich filme einfach mal nochmal, weil meine Katzen einfach der Hammer sind. Und wirklich, sie muss dort liegen. Wir hatten vorhin schon ein bisschen Probleme, weil sie noch weiter unten liegen wollte. Deswegen liege ich so richtig stark im Sofa, damit sie noch hier Platz hat zum sich hinlegen. Aber in meiner letzten Zeit nicht so viel Zeit für die Katzen. Und deswegen ist es ganz okay, dass die jetzt gerade so liebebedürftig sein dürfen, weil wir sind ja echt so oft, ich sage es die ganze Zeit so oft am Lernen, aber es ist noch Ernstspurt. Also wir haben heute Morgen jetzt schon gelernt und jetzt haben wir nur noch heute Abend danach, also wenn meine Mama wieder weg ist, lernen wir nochmal. Und dann ist schon Sonntag und dann am Montag schreibt ja Niklas schon die Mathe-Klosser. Ich sage euch nicht echt, aber ich denke mal, das wird, also ich bin echt guter Zuversicht. Also ich glaube, es sitzen schon wirklich so 70 Prozent, aber man kann ja immer nie wissen. Also Mathe ist ja echt immer, muss man echt ordentlich lernen. Und so ist es. Ach, ich sehe es. Sieht voll aus, Alina, ob wir richtige Freunde sind. Und Mausi Bär. Genau, und dann waren wir auch noch kurz im Sport heute. Und mein Tag vergeht, dann ist es schon 15 Uhr jetzt. Also ich schneide jetzt auch schon länger und ich bin jetzt auch schon länger hier wieder zu Hause. Aber ja, ich wollte mal vorbereiten und ich habe ja gedacht, ich nehme euch hier so die ganze Zeit gerade ein bisschen mit und erzähle euch eben coole neue Sachen. Wir haben übrigens, bei mir sieht es schon wieder aus. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich zeige es euch ganz schnell und ihr vergesst es sonst wieder. Also ich bin froh, wenn meine Klausuren rum sind, die Klasse an den Klausuren, dann habe ich nämlich wieder ein bisschen mehr Zeit zum Aufräumen. Oder wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall, ich zeige es euch ganz schnell. Wir haben nämlich was ganz cooles Neues. eine Kaffeemaschine. Ja, ich bin ja kein Kaffeetrinker, aber Niklas. Und wir haben normalerweise eigentlich so eine Petz-Kaffeemaschine. Also so, nee, nicht Petz. So eine Kapsel-Kaffeemaschine. Und ja, eigentlich haben wir da ganz viele verschiedene Sorten. Aber jetzt hat Niklas, warum gehst du jetzt? Die ganze Zeit lagst du ja auf mir drauf. Als hat sie keine Lust mehr. Genau, wir haben eigentlich so eine Kapsel-Kaffeemaschine. Und ja, Niklas hat jetzt Lust gehabt auf ganze Bohnen. Und deswegen haben wir uns jetzt eine Bohnen-Kaffeemaschine, aber eine billige gekauft. Also, ähm, ja, ach, jetzt kommen sie wieder her. Ja, ja, gute Nacht. Ja, und dann waren wir vorhin jetzt noch kurz einkaufen, haben noch kurz Bohnen gekauft. Und jetzt wahrscheinlich heute Abend kann Niklas zum ersten Mal Kaffee mit gemahlenen Bohnen sich gönnen. Nee, wir haben gesagt, also ich habe eine coole Kaffeemaschine gefunden. Ich habe die auch gebraucht gekauft. Also, ähm, habe dann eben nicht so viel gezahlt. Und die kam dann jetzt an heute Morgen. Und haben dann eben jetzt Bohnen gekauft. Und ja, Niklas hat gemeint, also wirklich, ich kann sowas ja gar nicht sagen. Aber anscheinend, wenn dann die Bohnen noch frisch gemahlen werden, dann hat man das beste Aroma im Kaffee. Und Leute, die Kaffee lieben, ähm, ja, dürfen sowas halt haben. Du, Kleiner. Ihr seht's schon. Ja, also würde ich sagen, wir sehen uns in einer Stunde wieder. Dann räume ich eben bei mir noch ein bisschen auf. Heute Abend gibt es ja eben coole Sachen. Kann ich euch alles noch zeigen. Und hoffe mal, dass das alles noch wird. Und auch mit meinen Stühlen. Und dass es dann schön wird. Ach, ihn habe ich übrigens gar nicht gezeigt. Der lag nämlich hinter meinem Laptop. Ja, das Video wird gerade hochgeladen. Simba, der Gute, eben lag hinter mir. Ja, so sieht es immer noch aus hier bei mir. Tada, ich habe es geschafft, fast alles ist fertig, vorzubereiten. Und Niklas, komm. Ey, Niklas! Ja? Kannst du gleich mal die Stühle hochtragen? Euch helft ihr gleich. Muss nur noch schnell mein Video... Du bist dein Opa, das tut überhaupt extra auf. Ja, irgendwo hinlegen, einfach rein. Die Mama sieht es ja gleich. So, schaut mal hier einmal die Deko mit Batterien. Es sieht so schön aus, oder? Happy Halloween! Und hier, ich wollte ja eigentlich unbedingt noch ein Halloween-Bild mit Simba machen. Aber da frage ich gleich mal Niklas. Geh aus hier erstmal zu die Deko. Aber ich filme den Rest gleich nachher. Und ich glaube, Niklas, du machst das bestimmt gut. Nein, Spaß, ich helfe dir. Tada! Jetzt beeilen wir uns. Ja, komm, mach. Ja, mach doch! Nein, ich komme, mach. Mein Schüler, hast du noch ein Bild von mir im Simba? Nee. Doch, ich will noch ein Bild. Ich bin... Nee, ähm... Wenn wir das haben... Mir ist gerade irgendwas eingefallen, was wir noch machen müssen. Nee. Ja, unten, 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 unten. Ja. Ja. Ist er... Guck mal, ich... Guck mal, ich habe ein neues Kissen für dich. Kannst du dann schlafen? Ja. Guck mal, ich habe ein neues Kissen für dich. ich weiß es auch nicht und schaut mal die stühle stehen oh mein gott ist so schön so schön ist voll dunkel irgendwie so also das ist der halloween tisch und mit unseren neuen stühlen sehr bequem happy halloween hallo neue woche neues glück wir haben jetzt heute montag also ich hatte jetzt ja nicht mehr die kamera in der hand seit samstag genau da war ja halloween und es war wirklich so cool ja ich muss euch jetzt nachher noch mal die stühle zeigen weil irgendwie das ging nicht so gescheit im licht und irgendwie war so viel los ich hatte irgendwie gar keine zeit zu filmen weil jeder gefühlt was von mir wollte mit seine kabel maschine hat erst nicht funktioniert dann musste er die reparieren währenddessen dann musste man ja auch noch essen machen weil wir haben ja pommes so mit der fritteuse gemacht und schnitzel gab's und irgendwie wollte meine mama dann was von mir also ach irgendwie wollten alle was von mir wissen und ich bin irgendwie dann total durcheinander gewesen und habe irgendwie keine chance mehr gehabt zu filmen ja und jetzt gestern haben wir den ganzen 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 tag gelernt oh gott ich weiß gar nicht mehr an also ich habe voll vergessen wie anstrengend so es ist den ganzen tag matte zu lernen oh mein gott also wir haben ja schon viel matte gelernt aber gestern ab 7.30 bis abends um 9 uhr also wir waren einmal kurz im fitness haben gegessen und das war unser sonntag gestern deswegen ich bin so froh jetzt dass ich gerade einfach mal alleine bin seit heute morgen und irgendwie mal hier so bei mir paar sachen machen konnte und also eben paar wichtige sachen beantworten und so auf jeden fall habe ich gestern eure kommentare gelesen bei meinen letzten zwei videos oh mein gott ich glaube ich hatte noch nie so tolle kommentare ich habe mich so gefreut kleiner lina freut sich auch die kleine ist wieder da alina ja das kann ich auch mal erzählen was sie da gerade in der hand hat also wie ihr mitbekommt ich bin jetzt ziemlich real hier in diesen videos also ihr seht hier alles mit staubsauger nichts ist verschönigt und was sie da gerade hat das kommt hier von meiner türe ja das muss auf jeden fall noch geändert werden weil hier war so ein schaumstoff damit die türe schön sauber schließt aber die türe geht trotzdem nicht geschätzt es ist trotzdem noch so ein kleiner spalt deswegen muss da noch was davor gemacht werden und die katzen sehen es nicht ein dass wenn wir da drin schlafen dass sie da nicht rein dürfen und deswegen haben die den schaumstoff kaputt gemacht und abgerissen und der klebt jetzt halt noch ein bisschen und da ist ja gerade an alina festgeklebt naja das ist jetzt halt und jetzt dürfen die mal oder darf alina meinetwegen mit dem teil spielen weil das wird jetzt eh noch geändert und ja alina voll viel haben gesagt dass du so süß bist dass du so süß aussiehst wenn du mit mir kuschelt aber heute bist ziemlich beschäftigt meine schwester ist nämlich da und ihr die mail mitgebracht und deswegen waren ja eigentlich schon den ganzen morgen unterwegs unten und ja jetzt sind sie wieder da die beiden aber ich habe mich wirklich sehr 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 gefreut über eure ganzen kommentare und jetzt bevor ich das vergesse ich habe schon ewig einer emmy versprochen dass ich sie grüße also liebe emmy grüße an dich von mir ich habe endlich geschafft ich hoffe du mehr siehst jetzt auch diese grüße aber ja ich habe irgendwie immer verpennt ich muss auch gleich gleich los weil ich habe einen termin nämlich im fitnessstudio der mir geschlossen eigentlich aber ich tue den anruf beantworte besprechen nein ich wurde gefragt ob ich eben den anruf beantworte jetzt in der zeit besprechen möchte und oder habe ich das zeit habe dafür und habe ich gesagt ja deswegen muss ich da jetzt gleich los also um halb elf ist nämlich das date dass ich den anruf beantworte besprechen und dann stehen eben heute noch so paar lustige sachen an ich weiß es noch gar nicht ob ich jetzt auch wieder anfangen also ob ich jetzt schon anfangen zu studieren weil ich ja nämlich auch bald rufbereitschaft habe aber ich denke mal vielleicht morgen schaffe ich das dass ich anfangen sachen wieder zusammenzufassen damit eben noch meine zwei klosturen vorbei bekommen aber heute muss ich auch noch meine reifen aus dem auto tun mit denen fahr ich jetzt auch schon seit eben freitag krumm und freut mich jetzt echt richtig dass die videos so gut bei euch ankamen dass ihr euch alle so gefreut habt es hat mich so gefreut ich bin ja gestern nur kurz am handy gewesen wir waren ich war den ganzen tag nicht am handy und dann am abend kurz und ja richtig schön aber richtig cool also freut mich freut mich freut mich dann versuche ich auch gleich heute noch mal das neue video zu schneiden ja da weißt du jetzt auch nicht so richtig was das soll warum die anträge nicht einfach alleine lässt machen die dich ja alleine lässt du monster und nur zur info das kapschi paket hier immer noch nicht reingeschaut und die alina dies irgendwo da hinten versteckt die sucht nämlich gerade neue süßigkeiten papierchen oder so alina komm mal raus alina da bist du ja ja du bist so toll du bist eine kleine raubkatze raubtier das verlustig manchmal ist alina bereit mit ein bisschen zu kämpfen so zum spielen jetzt hat sie was gefunden ein neues süßigkeiten papier papierchen toll alles lustige ist immer die katzen versuchen immer das papierchen irgendwo in den schuhen zu verstecken und letztens ist niklas los und irgendwas hat in dem schuh gedrückt hat alina an süßigkeitenpapierchen in seinem schuh versteckt jetzt kann ich euch noch mal die stühle in voller pracht zeigen und hier stehen auch die kartons also einer muss eh noch aufgebaut werden und in den kartons verstecken sich voll gern die katzen also da ist noch ein stuhl drin und den haben jetzt einfach noch stehen lassen hallo du bist doch mein schönstes geschenk überhaupt und wie ihr seht hat er alles schon zerrissen tschüss naja dafür da drin sein und hier sind die stühle und wirklich die sind so wunderschön ich habe die beim müh max im sommer gekauft da gab es eine aktion zwei vereins und da habe ich mir eben dann die sechs stühle gekauft und die habe so lange zum liefern gebraucht genau die deko steht noch ein bisschen aber wirklich die gefallen mir richtig gut wenn richtig happy und die sind super bequem was kann ich euch noch zeigen genau die sachen muss ich nachher aufräumen aber vielleicht kann man die noch ein bisschen stehen lassen ja aber jetzt habt ihr die meinen voller pracht gesehen eben und den anderen müssen wir dann noch aufbauen sind wir das sind keine guten manieren geht vom tisch runter aber da fehlt noch so ein teil also irgendwie wir wissen nicht ob wir es verloren haben aber irgendwie so eine mini schraube fehlt und wir haben jetzt irgendwie noch keine ersatzschraube aufgetrieben aber sollte die da sein eben können wir auch den anderen stuhl aufbauen so lang reichen jetzt auch noch die fünf stühle uns aber trotzdem ich will ja hier auch aufräumen dass das alles gut ausschaut aber kümmere ich mich mal heute drum ich gehe jetzt los schaut mal ich habe mir einen neuen wintermantel gekauft also hier so einen lamm mantel ist von h&m und ja ich finde jetzt richtig cool schon als erst richtig dick ich weiß ob das jetzt zu warm ist aber ja ja und da ist auch die kaffee maschine jetzt mein voller pracht aufgebaut so schaut das ganze aus also wir haben oder nicholas hat schon einen kaffee getrunken genau mit den kaffeebohnen hier und ja die war erst kaputt aber das erzähle ich euch gleich mal ich habe mir jetzt noch ein salat zum mittagessen gemacht also hier mit käse paprika mais eisberg salat und bisschen gurke zwiebeln auch noch wie fast jeden tag als ich erst gerade echt so oft salat aber also manchmal habe ich so phasen wo ich das echt gar nicht ist aber jetzt gerade so eine zeit wo ich wieder echt richtig viel salat ist an und ausschalten okay ja hallo alina wer ist denn da die maili ich weiß nicht vielleicht lag es auch an dem zimmer unten aber ich hatte auch mein handy ging nicht mehr hast das internet ja auch meine app ging nicht erst mal mobile daten keine ahnung aber jetzt machen die ein update oder das ist auch cool wieder ja simba ist noch ein bisschen kritisch geld die maili taugt ihm noch nicht so doch der ist vorhin ja der geht es vorhin nicht besuchen gegangen aber der hat gerade geschlafen deswegen sind auch müde gell maili bye bye tschüss maili du feines ding du die hat heute den ganzen tag mit mir gekuschelt gekuschelt hier bin ich wieder ich plane jetzt gerade also ich will jetzt schnell noch ein bild machen mit den gulibären wo ich euch erzählt hatte und ich sag euch die riechen so intensiv ich hab noch nie so intensiv riechende gummibärchen gesehen wirklich ich muss ja die dose jetzt zu machen weil es so krass gerochen hat mir war es schon fast so heftig jetzt also ich habe die dose hier überschließen müssen ähm ne die riechen ich sag euch die riechen so ab nochmal gut ich finde es so schade dass ich euch keine gerüche teilen kann weil die riechen so geil ja ich mach da jetzt mal ein bild und dann kann ich die essen oder niklas kann die dann essen ich sag euch also wirklich die sind so geil der geruch erinnert mich wirklich irgendwie an die kindheit ich kann nur nicht sagen an was aber kinder essen ja auch immer so früchte punsch oder so und es riecht bisschen wie so kinderpunsch es riecht einfach nur richtig geil ich bin so geflasht ich kann mal eine für euch probieren also ich habe ja schon mal gegessen die gummibärchen sind echt geil weil die konsistenz ist auch so ein bisschen weich und ich liebe das wenn es so weich ist ich glaube ich muss mir mal überlegen ich schreibe die mal an und frage die mal ob die mit mir ein gewinnspiel machen wollen oder ob ich einfach ein gewinnspiel mache ich überleg mir das aber die schmecken echt gut und ich will euch jetzt nicht die angegessene dose verlosen schaut mal wie schön und romantisch unser evening danke danke dass ihr das video bis hierher geschaut habt es würde mich sehr freuen wenn euch das video gefallen hat dass ihr mal einen daumen nach oben da lasst und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten video tschüssi tschüssi